Nein, ich seh da weit und breit nichts. Nein, das ist ja irgendwo in den Wolken gesteckt. Nein, ich seh sie, ich seh sie, ich seh es. Beim Flugfeld, mehr oder weniger ums Flugfeld herum, ganz niedrig am Deck. Ja, sehe ich. In der Lisa gerade, ne? Seht ihr das? Genau, ja. Fliegt eine weite Lisa, fliegt jetzt gleich über das Flugfeld drüber. Ah, Viktor, der war. Ganz gekurvter über Rolf. Draufgegeben. Weht, du schlägst schon da rein. Komm wieder rein. Du hast gerade ne harten Türen gemacht, ne? Draufgegeben. Ja, da. Ja. Oh, Hori, du. Öl noch geschossen, Hori, du. Oh, Hori, du. Kapplung. Achtung, ne Hori, äh, was ist das? Äh, westlich, ne? Nördlich davon, nordwestlich. Ne Hori geht gerade, äh... Ja, 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 hinter einem, ja. Speedfire, Speedfire ist das. Oh, Speedfire, Entschuldigung, ja. Speedfire auf Hallo 10, 15. Ja, ich bin direkt dahinter. Brauche noch ein bisschen, ich schneide mal. Äh, 109, drückt gerade an. Über ein Flugfeld. Ja, hat mich gesehen. Nicht raus. Ich stürze rein. Ja, weg. Komm, boah, ich da hinten ist immer noch rum. Ich habe gerade auf die Speed geschlossen. Oh, da hast du noch ne Hörigen. Oh, ja, oh. Oh, ja, oh. Na, ich seh hier ne Speed. Ja, ich komm ran. Wollt ihr, ich stürzt noch was rein von oben? Ah, ja. 1009. Keiner von euch da. Wo? Ja, hab ich doch gesagt, die Jeskuh vom Feld gleich. Die Jeskuh, wir sind ja auf anderer Seite. Ich hab doch schon seit ner halben Minute müssen, das ist seit dem 6. Ja, Jungs hat auch eine. Ja, Jungs, das wäre eigentlich das Erreignis für dich gewesen. Ja, das war heute auch, deswegen glaube ich einfach so. Ne, feinliche G50. Ach so, feinliche G50, wie war denn? Das weiß ich, ein kleiner Programmierfehler. So, ey, da stürzt es mal runter. Wir waren so, äh, das sind G50. Ja, ich bin nochmal herangezogen. Äh, wir haben aber auch einen Garten gebaut, glaube ich. 3! Ah, Speed, die hat auch gelassen. Also Joss, dann sag ich, ob sie schreckt. Pilot game. Wo ist denn, wo ist denn Dugi, wenn man ihn braucht hier? Ja, Sophie. Ich, 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 ich sitze, ist doch an die Branden. Hier kann nix passieren. Wir haben alle hier ein Hardhorn. Das stimmt, schießen kann er. Das muss man ihm lassen. Das muss man ihm lassen. Ah, ne, Speedfeier rein. Ne, ach so, du bist denn nach 110 oder was? Ich? Nein. Okay, aber da ist nach 110 auch dahinter. Hau, haut die Speed gerade ab? Oder was? Ja, ja. Bringen sie mal zum Kursen hier, das Ding. Nein, zackt es denen nicht. Die haben es sich nicht verdient, da auch noch dran zu kommen. Ähm, hier hat eine 109 Hurry dran. Schießt gerade. Südlich vom Wald ist, oh, hier gibt es 16er da rein. Ja, Alter, was macht der denn da? Südlich am Wald ist, äh, ein Deck, äh, Wudebums, zwei Speedis. Ja, Viktor. Ah, einer ist mitgegeben. Ah, Gott, es ist schwer so viel los hier. Auch da unten. Einer hat Wasser. Erinnerung an sich drauf. Pilotkill. Ist reingegangen? Was ist denn hier heute los? Keine Ahnung. Pilotkill. Pilotkill. Ja, ich weiß auch nicht. Pilotkill. Pilotkill. Oha, es ist zu eng. Oha! 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 Oha, noch einer! Was ist das für ein Train, ey? Ey, Mann, Mann. Ja. Eben, wer von den 109er hat mich da beschossen, ey. So volle Hülten. Alle hinter der, unter, hinter der Speedis. Hör mal, da waren so viele, da hat gar nicht jeder gewesen, ne? Der geht rein. Voll trocken, ey. Ich häng da schon eine halbe Minute drüber und trotzdem, brrrt, alle hinterher. Aber es ist doch eine Speedfire. Oder wirklich, egal. Alles gleich. Alles gleich. Pfalz.